Oh, Nagom. Pertis, Nagrom, Serenny. Iovea spielt auch noch mit bei dir. Oh ja. Spielt Iovea nicht bei den anderen Franzosen mit? Keiner. Spielt bei beiden Teams. Ach, bei dem Malganir-Team meinst du? Ja. Nagrom ist da manchmal auch dabei, glaube ich. Ich glaube, das ist Ixir, Malganir, Virtual, Tobos vielleicht? Und dann, ja, könnte Iovea sein. Okay. Vielen Dank. Wo warst du denn im Urlaub, Uli? Ich? Ich war in Allgäu. Im Allgäu? Ja. Eine Woche oder wie lange wart ihr? Ja, so fünf Tage. Donnerstag bis Sonntag. Ist bloß eine Stunde weg von uns, deswegen... Ah ja, okay. Ist eine schnelle Sache. Weil da hat es nur geregnet, also da war gar nichts mit Wandern. Nice. Wir sind dann schon begangen und... Naja. War Land unter auch? Zwei Tage später war Land unter. Ach so, okay, krass. Ja. Aber bei uns halt noch nicht. Das später. Ja, wenigstens habe ich jetzt wieder ein paar neue Sachen. Big. Okay. Das war mir dann eigentlich ein Spiel, ja. Oder wer spielt denn was eigentlich? Ja, wir könnten mich auf Tank, dann Philipp Support oder umgekehrt. Ja, Kleiner kann ich auch noch machen. Du bist doch Supportplayer jetzt wieder, Phil. Ja. Dann mache ich einfach Tank. Wer passt das denn? Irgendwie kann Garosch oder May draften. Ich denke nicht, dass wir May draften werden. Bei Uli weiß ich nie. Ich hoffe es zumindest. Ähm, Benchiker war es auch so. War doch noch May letzter Tank auf, und hat trotzdem keiner gepickt. Nimm schon Main Tank Trial oder so. Ist immer noch besser. Ja, ja. May will es halt einfach nicht. Äh, sind die ready, oder? Okay, ja, ja. Jetzt sind sie ready. Ja, dann Abfahrt. Ja. Abfahrt. Äh, was bannen wir hier? Lucio und irgendwas? Ich bannen mal Lucio, Johanna. Oder vielleicht Mephisto? Ich weiß nicht, sind das hier Alex Trial oder Mephisto Enjoyer? Ist oder ist egal. Ich glaube, in Competitive ist das weniger schlimm, als in Storm League. Ja, wir können dann carry again und irgendein Overwatch carry. Sollte es fein sein. Wenn ein Antilie reicht eigentlich, also. Ja. Soll ich Hogger eigentlich bannen, oder? Ja, wenn du willst, kannst du ihn bannen. Aber wir können sonst auch gegen Hogger spielen, denke ich. Okay. Na, ich bannen, glaube ich. Soweit ich weiß, ist der nicht Athanis OTP? Der Offlane, der Vegeta-Typ? Ach so, ja. Aber kannst du ruhig bannen. Machen wir ganz so ruhig. Ah, ich fand das. Ja, 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 ja. Ja, dann... Leoric und mach mal gleich Shana, oder? Ja, cool. Ja, 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 ja. Ready for action! It's a perfect dive for Sunnihan! Jetzt könnte ich sagen, ich bin gespannt, also. Das ist ja wurscht. Ja, oder irgendeinen Support. Weiß ich nicht, haben wir da irgendwas? Ich glaube, die ist weit mehr in OTP. Ja, ja, mach ruhig raus. Das wäre halt Anduin wegen Entomb. Also ich glaube, wenn die Junkrat Mephisto picken, da ist es jetzt auch nicht so kritisch. Ja, ne. Ja, Riga ist ja noch offen, ne? Hä? Riga ist ja noch offen. Machen wir mal Riga und Walla, oder? Brightwing und Anduin sind aber auch drin. Falls wir kein Ding machen. Gul'dan, oder? Ja, das war's schon. Hä? Kein Gul'dan machen, oder? Ich spiel vielleicht Walla. Fick mal hier. Ne, Scharriga. Was? Was? Was ist das denn hier? Wir werden gescannt. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Auch mehr Zeit. Müssen wir nicht Draft machen für die Seite? Ich glaube schon. Naja. Naja. Ja, weil die sonst den Draft irgendwie nicht rauslesen können, oder irgendwas. Das darf der Moderator dann ausbaden. Ne, mach mal jetzt hier regelkonform, sonst ist er wieder... Regelkonform. Sonst kriegen wir hier wieder... Tie oder Lost, obwohl wir gewonnen haben. Guck mal. Die wollen doch schon wieder Alex draußen mit Pisto spielen. Guck mal den Smiley, den sie da gepostet haben. Ach. Der Alex da... Ja, ja, ja. Die Alex ist schon mal gehabert. Haha, ich wusste es. Was hab ich denn alles gebannt? Ähm, du hast Lucio gebannt. Und Hogger. Ja. Und Hogger. Ja, im Endeffekt stimmt, ist egal. Was wollen wir denn gegen das haben eigentlich? Ein Glass-Pick. So, ich hätte jetzt, weiß ich nicht, Skerrigan in der Option, oder eher nicht so? Vielleicht, ja. Wir haben Außenseiter Waller, oder? Ja. Das ist ja schon mal fein. Ja. Und dann muss Uli noch. FK haben wir genug Schränke hier auch. Kannst mal irgendwas picken. Oder, äh, Fallstart vielleicht. Ja, oder Self. Ah, ja, ja, ja. Das ist auch... Ja, fick mal Waller hier außen. Ist der IFK gegangen, oder was? Oh, na. Kein Scheiß. Ja. Okay. Dodgen wir jetzt noch hier. Jetzt dodgen wir. Ja, sind wir drauf. Und du kannst jetzt Raft nicht einfach normal picken, weil die, die die Helden sonst nicht haben, oder was? Nee, das ist wegen der, wenn du die Replays uploadest. Die in dem, bei Heroes Lounge. Und dann ist, ist direkt wieder... Da kriegen wir dann Deathloss oder sowas reingedrückt. Oh, mein Gott. Passt schon. Ja, sag du denn mal da oben aus und dann komm ich hoch. Ja. Oh, das ist ja hier immer Alexander, Mephisto. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir halt leider keine Healing Reduction, ne? Ich kann... Level 7. Ja. Auch nicht ganz so geil. Aber wir können... Wir müssen ja auch nicht so viel brawlen, glaube ich. Ja, geht dir mal direkt runter, ich geh mit Hazu. Und, äh, wer catcht Mitte? Johanna da? Äh, ja, je nachdem. Hä? Ich hoffe, wenn der Gehirn ist nicht so Mitte catchen. Je nachdem. Ja, ich kann hier einmal dismounten, dann zuck ich Mitte, wenn die runter gehen. Ja, ich glaube, das ist gut. Regavaller können die Wave vielleicht auch direkt rühren auf BOT, wenn ihr schnell geht. Ja, ja, geht. Ja, der ist hier schon Öl. Ja, der ist hier schon Öl. Der Junk ist oben. Ähm... Alex. Ah, ich komm noch runter. Da hat er Junk hat. Ich gebe dir einen Globe. Ich tapp kurz. Junk ist 1 und der Blaze ist auch low oben. Äh, macht ihr Easy Camp direkt? Ja, ich geh mal weg jetzt. Ja, könnt ihr. Ja, mach mal Kampf. Ja, wir brauchen dich aber hier, Gav. Kannst doch nicht. Äh... Ja, ich komm wieder hoch. Äh... Kannst du oben pushen vielleicht? Ich mach die Nice. Ich kann einen Auto attack. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Können wir unten machen? Ja. Ja, fangen wir an, fangen wir an. Ja. Könnt ihr wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Wir sind jetzt... Ja, ja. Wir sind fein. Haben wir da was? Wirklich? Ja. Ich bin immer noch Stark weiter. Ja, ja. Ist glaub ich. Fein. Äh, macht mal Hardcamp halt. Hey, ich bin hier. Ja, der hat äh... Kein... Kein Garnix. Aber da kommt ein... Rotation... Ne, der ist das, man. Ich äh... Mach mal Hardcamp hier. Komm mal einer her. Rega oder... Achso, ihr bist low. Äh, komm mal... Warte mal, der rennt... Warte mal, die Spritten hier. Mit der Journal. Der kann kämpfen da, oder? Äh... Komm mal, dann wurde den allein schon wieder hier. Aber wir haben halt... Ich geh... Ja, klar. Ja, klar. Komm mal her mit... 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 Ja, wir machen wir. Ich pushe irgendwo. Willst du nicht hier oben sein, Silv, gleich? Ja. Weil der Schein unten ist. Ja. Warte. Ich hab auch den... Ich hab auch den... Dann tu aber... Du mit mir tauschen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich hab dir den Tower geholt. Jetzt kannst du oben Abfahrt machen. Ich geh... Ich geh schon mal direkt nach... Ja, ja, ja. Ja, ja, hier... Warte mal, hier ist der... Was ist das denn hier? Ja, ja. Ich bin jetzt hier... Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ich bin jetzt... ich saug mal mitte wollen wir noch haben noch zeit noch vielleicht ja ich glaube der blaze ist jetzt gleich hier ich kann die hier auch alle glauben ich habe versucht ich habe ich bin am arbeiten ich glaube jetzt da geht es richtig ab ich habe einen double ich habe auch ich muss zappen slow jetzt ja hab ich gleich mal ne plus ich bin auch im weg ich push mal mitte ja push mal mitte hier unten das ding ist tot Ja die Ja Ich bin noch oben Ja Ein Tower Der blaze ist Ja ich krieg oben den Tower Der ist jetzt hier oder so Ja das mal Kim Ich mach mit Valve Und dann mit euch vielleicht hoch Mach dir unten Valve Ich hab die Wall bekommen Ja Junkrat ist alleine mit auf Den auf dem Grund hier drauf Die sind da Ja der Hören wir den Junkrat ist unten Der ist hier irgendwo Ja Die kommen bitte Der ist hier reingesprachen Wollen wir den Ja Wir können oben auf PAD machen Geht hier unten PAD machen und wir machen Ja Okay ich glaube ich bin tot Aber Mephisto hat Ult benutzt Der drückt Tyre Ich weiß nicht was hier los ist Ja ja Kein Tyre und kein Mephisto Tyre Gang Komm mal hoch hier Ja ja ich bin gleich da Ich bin gleich da Ich bin gleich da Aber da ist eine Midway vielleicht für Joanna Ja ja ich mach So Bleib oben Ne lass den mal hier harassen oder? Ja ich komm Oh Kennen wir Mephisto? Ihr seid 3 gegen 3 Guck mal auf dem Drunk Falls der was benutzt Boah Ja Schön Bleib du einfach oben Ich geh mit da Ja da kannst du mir Hardcamp helfen Ziv Dann können wir oder? Es ist zu früh Ich glaube wir PUSHen PUSH 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 Machen später Machen wir später Ich weiß aber nicht ob du PUSHen kannst gegen Junk Ne Vielleicht kann ich den Abwecher killen Ich fang hart an Ich fang hart an A Shrine gathers power You will take it for me A Shrine gathers power A Shrine gathers power A Shrine gathers power A Shrine gathers power Na die sind alle mit Na die sind alle mit Ja Ja Wir haben mal erblasst den 5 Ja wir können Können wir da raufkommen? Ja 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 der Tank ist unten Wenn ihr da raufkommt Wir sind oben Ja ja der ist hier alleine der Mephisto Ja ok Wir haben aber hier Team Kein Muradin Kein Muradin Ah dann Ich geh schreien Ich geh Der Muradin ist bald da Ok Ich bin Ich mach schreien Ich bin raus Bis du reingehen Uli oder? Ja Das war eigentlich fein aber Ja damals Nee wir waren früher da Wir sind nur da Aber wir haben ja auch keine Uls gedrückt oder? Ja Ich glaube es war unklar ob wir Wollen wir den killen hier? Ja ja der ist Plast into Entomb Und dann kriegen wir den Kommen auch Kill den? Ok Ja 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 Dann kann die Alex noch wenn die Alex Ja 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 Ne ne der Rega ist da Ok Die kommen Richtung Mitte Bisschen aufpassen Der Mephisto Ok Der Muradin kommt auch Ich mach hier unten mal das Easycam Ok Ich nehm noch einen Weil ich Ich nehm noch eine Weil ich Ich Das lässt die da ab Glauben auf jeden Fall unten ja Kann das fighten hier? Ja Ja Kann sein dass der Plast ist bei mir Ich glaube ich gehe macht man hier direkt wenn ihr könnt bin ja noch hier die sind eingepusht ich komm zu dir aber noch bunker aber die kann mal der junk ist auch klaus kein taja wieder ja können wir kommen ja mal 16 können wir mal pushen sind die ganze zeit fünf mann rotieren ja die sind zu kurz um viel pushen zu können ich komme jetzt auch wieder ich bin auf dem weg der blaze kommt mitte okay das hier wollen wir ich kann runter ich komme ich komme auf den der junkrat ist low gewesen ihr seid unten alleine lass mal einfach hier ein avatar kein lifebein da ich mache ja ich muss was macht bleibt nur bei dem nicht noch ein bisschen ja der ist jetzt hier ja ich glaube ich bin leider auch noch was aber wir haben ein bisschen ja wir sind halt unterm fort 30 sekunden hier ja die haben es wahrscheinlich keine mine auf junkrat können wir vielleicht punishen audio alex ich komm ja aber ist ja die sollten wir abhaben ich geh nach unten ja die kommen runter wir sind hier zu zweit oben im teuer benutzt ja der hat W-Build glaub ich den kriegst du nicht wir müssen den fort geben 20 sorgen beide finden irgendwie sowas wir sind vor allem das war der die 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 Ja hinten bei dem Punisher Ja ich bin down Ich bin mal auf den Handball Ich hab die Handball Das ist nicht gut, ich kann fokuss auf. Mehr hab ich nicht. Eben, war gut, John ist wieder da. Ah, das war eins. Fisto. Mit Fisto, ja. Ja, die... Alex mit Fisto holst du wohl kaum. Muss wohl sein. Ja. Konnten irgendwie nicht so viel machen. Vielleicht lieber irgendeinen aggro Pick, Lars, dass wir fighten können, early. Aber wir haben halt auch Joanna, weiß ich nicht genau. Ja, gut. Ja, mit 10 haben wir noch ein paar Kills bekommen, aber spült. Wird eigentlich lieber pushen end. Das, also... Aber... Ja, aber... Konntet ihr nicht oben pushen? Na, der Junkhead war... War ja immer 2v2, glaub ich. Oder? Ja. Und du kannst halt den Blaze nicht rein... Also der drückt halt... Der stirbt halt nicht. Der... Der in Blaze kümmert das nicht so richtig. Also wir kriegen die Wall, aber... Der... Also der hat ja keine Angst vor Zill von Cleoric. Und in der V-Man könnt ihr wahrscheinlich... Weiß ich nicht genau. Dann gebt ihr halt den Mephisto aus Decks, wenn ihr die Mauer angreift. Weiß ich nicht, wie viel man da kriegt. Aber wir haben auch den Invade und so getrollt, oder? Also war ja... Weiß ich nicht. Der Schrein war... Der Schrein war eröffnet und dann sind wir irgendwie reingeheizt. Ja, das hat man eigentlich schon kriegen können, aber... Wir wollten nicht. Wolltet ihr das Camp oder... Wolltet ihr das Camp oder... Wir waren früher da. Ja, wolltet ihr das Camp oder wolltet ihr Kills? Ich weiß nicht genau. Ich wollte den Mephisto dackeln. Okay. Ich konnte halt nicht durchrennen, weil da ein Blaze direkt vor mir war. Also... Der Moment, wo du ehst, ist halt Rip dann. Weil ich komm nicht zu dir. Und die waren ja alle da, außer der Muradin. Kann ja auch irgendwann später. Waren maximal drei Leute. Ja. 20 Sekunden später waren sie fünf, ja. Du bist halt schon nach 10 Sekunden gestorben, Oli. Mhm, waren 10 Sekunden später. Ja, da hab ich dann drückt. Klar, Top-Drain-Push funktioniert nicht. Bot-Drain geht auch nicht, weil mit Bot einfach zu kurz ist. Äh... Äh, wir haben Mott nicht mal gepusht. Die sind in unserer Vorderung gedeiften, haben sie drei Sekunden gefeiert gegen uns. Und zwei von uns gekillt. Ja, ja, der Blaze... Ja, ja, der Blaze... In der meantime, habt ihr Top-Drain vielleicht eine Sidewall gekriegt oder so. Ja, ja, ja. Aber wir könnten vielleicht auch das Hard gar nicht hinwäden. Blaze ist auf den Punkt und dann die Junkrat-Mine. Der hat Cooldown-Reduction. Da können wir vielleicht eh nix machen. Außer das Timing ist lucky. Ne, wenn das irgendwie... Das Hardcamp bei 99%. Aber das war ja noch am Leben oder... Ja, aber die Non-Skill-Scheiße bannen und fertig. Ja, bannen mal ruhig einen von den beiden Pickts. Alex oder die Mephisto. Ich glaub, die spielen auch gar keine Luce hier, oder? Ja, ne, kann sein. Außer Nack-Raum, Lucio. Aber ich glaub, da bin ich fein mit. Kann auch Lucio picken. Oh, da hat er ganz schön äh... Kasse Riptires. Global Riptire Gangs. Auf geht's. Tja, der hat er fett. Ja, der Riptire dann wird die Tower geangt. Okay, damit wird da... Die Tower hinein, dann. Ja, das klappt... Fass auch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du also immer Fein gegen oder nicht? Mit welchem Pick töten wir dann Diablo, was außen spielt? Was wollt ihr sonst banen? Also könnt ihr gerne. Kannst auch Junkrat banen. Na, glaub das ist egal. Wir haben ja noch Support-Pick also. Ja, was würdest du denn hier gerne spielen? Mit Support? Äh, lass mir erst mal deren DPS sehen, der Rest ist da. Wir können jetzt noch Hartanis haben. Äh, wir könnten doch hier Malteile machen. Mach mal Malteile und was du als Support spielen magst halt. Deckard wär vielleicht auch nicht schlecht. Aber gut, der kann auch funktionieren. Dann brauchen wir nen Cleanse. Nö, glaub nicht. Das ist ein Ruby-Game. Ja, könnte sogar. Wir fahren ja eh alle rein. Kannst keine 3 Gems spielen, brauchst schon den Slow-Off 1. Acht. Na, ist der Stacker halt noch besser. Ist der Kano besser, ja. Ja. Ist der Kano besser, ja. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Wegen dem Swap vor Level 13. Aber ansonsten kann ich eigentlich schon gut reinfahren. Äh. Welcher? Was? Was? Was für ein Swap? Äh, Tannis. Matanis oder was? Ja. Nicht, dass ich da... Ach, du bist der Malte. Ach so, ja, ja. Ich dachte, du bist Genji. Ich dachte, egal. Ähm. Ähm. Ja, aber du kannst, ihr könnt viel hier spielen. Mit so viel wie möglich eigentlich. Macht mal, äh, das für das Minute. Ja, und das Hitlis hat deutlich besser, ne. Die, die machen halt auch direkt Hardcam wahrscheinlich. Faith is my mirror. But Will is my way. The match begins in... 10 seconds. Aber ja, versuch, äh, versuch du mit Genji Dustin Hogger immer ein bisschen unser neues, oder wer auch immer da unten ist dann halt. Äh, ist Stacking-Hartanis übrigens. Ja, der Artanis ist unten. Ja, das ist egal. Ja. Da ist Stacking-Hartanis. Ja. Wir haben Schauger unten. Also der Uta ist halt... Killable, oder nicht? Er ist tot. Ja, 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 ja. Rennen wir halt auf da. Kombo. Die Kompa-Planne. Immer noch drin. Ja, gib mal runter mit Genji. Okay, wir machen da, glaub ich, genug Pläne nach. Leider nicht so hintergekommen. Er ist auf Carbon Gate. Looter. Ja, die Ding ist ja hier Melee. Hast du Slow Jam, oder? Ja, Slow Jam jetzt. Ja. Ich glaub, der kann da nicht wegkommen. Ja, ich hab auch nix. Ich bin tot. Ich mach mal Camp. Ja. Tarnis kommt hoch. Der Hocker geht wahrscheinlich auch Camp. Können wir danach direkt Easy-Camp machen? Nach unserem Angriff. Ja. Ich kann... Ich kann runter, dass wir... Ja, jetzt ist ja noch nix, aber... Du kannst mit mir ruhig anfangen, wenn du willst. Komm mal ruhig hierher. Ja, Tarnis kommt runter. Top Wave ist egal. Nein. Geh auf. Nein, Genji. Ja, ich flieh gut. Können vielleicht auch die Chromie? Ja. Ich bin auch da. Ich bin auch da. Uta war top. Mach mal hier Camp. Mach mal Camp. Äh, der ist Mitchell. Okay, wir können es uns geben. Glaube ich. Uta ist jetzt auch da. Ja, zum Abend noch mal. Rapp. Ja, wir müssen das aber deffen. Die... ... bringen so einen Score. Ja. Wir können mit da einmal kommen. Ja. 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 Ich geh hoch. Ja. 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 auch da wenn das geht wir sind noch keller ich habe es gezahlt ich zahl unten wir können das ich gehe mit der Defendung ich mache mit der Defendung ja die haben loop benutzt unten ich gehe mal bord und sehen das hier ist da kann man jetzt mal zahlen versuchen ich könnte unten rein zahlen denke ich wenn wir chrome ich krieg pay unten raus ich gehe mal rein die haben jetzt auch kein lucha die hat sie ja irgendwie ich bin dran noch ich glaube da gibt noch was ja der hogger oder die hat die grum die grum grum ist tot die mitte ist gerade nicht gefangen die sind zu dritt oben geht dann nach unten mit da ist glaube ich nicht viel zu machen hier unten ich muss auch gleich basen ich kliere die wave und dann her mit der hogger kommt die loben hätte ich gedacht können wir ich bin eh seid ihr raus ich gehe raus okay ich würde gerne basen ich müsste basen die zahlen halt jetzt unten anscheinlich tu mal hier wir haben ja deckhard jana also die haben auch kein loop jetzt gerade ich guck top die zahlen top vielleicht ja aber eine fehlt nur ich nehme top wave zu dir stallen genji kann unten stornen ich habe unten ja die kommen jetzt runter ja ich gebe die armor ja können wir auf die grummi gucken wir auf die grummi ich glaube kein bläsch ich glaube kein bläsch guck auf den hin wir müssen dann wir geben keinen divine storm einer holt es raus ist das hier fightable oder wir haben noch kein 13 theoretisch nein nein ich versuch mal zu zahlen was ich versuch mal ich versuch mal ich versuch mal Nutzt mal Ulz jetzt hier, die haben keinen D-Storm und keinen... Ich bin auf... Athanis, Athanis Athanis tot Ja, tu mal Defund, ich hab einen D-Storm, okay jetzt Du kannst schon... Ja, so Wenn du Blast Shield drückst, dann sterben die eigentlich auch Ja, die haben halt alles benutzt, ne? Der Genji wurde gebongt und ich loop auf mir, also dann können wir schon teilen Ja, Hardcamp direkt und danach zahlen wir Ja, ja Die haben ja keine Jumps Ja, mach mal Hardcamp, dann Topwave und dann zahlen wir Wir haben auch gleich unsere Ulz wieder Eben kurz Zeit kaufen, Genji ist am easy Ja, hauptsächlich Ich bin hier ge... Coverst du mich? Die waren alle Mitte, aber die... Ja Bin ich da, chillt ja Ja Ich hab 20 Sekunden Kann ich hier painen, oder? Okay, 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 die sind alle... Ja, doch Okay Ich komm jetzt Mitte, Hocker ist der Frontline, können wir noch mit in den Collapse, oder? Ja, ja, wir können da reinlaufen Ja, wir können jetzt da reinlaufen Also hier ist kein Front noch Der Chromie hier, oder? Ja, wir painen, wir painen Ich denke dann, dass die Chromie das... dem Swap Aber renn mal da rein, wenn die hier ist Nee Also die sind nach ihr tot Ja, ich bin auf dem... Und dann... Ein paar Frontline Hocker Ähm... Nee, nee Das... Braucht 16 Die haben... Weg, 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 weg Die haben 16 Care, 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 care Die können auch nicht painen Alles Äh... Hier die Topway für 16 Äh... Die hol ich Und dann... Kann man direkt fighten nochmal Lass mal das Besten auch noch halten Sonst ist mein Kopf Ja, also wir können hier rein Ja, ja, ich bin drin Wouter keinen Sound D-Sum hat er noch Hier nochmal rein Wouter... Kein D-Sum jetzt Wouter... 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 Lass mal painen Ähm... Können wir noch starten? Boss... Mit... einem? Wouter... Wer hat denn die... Wouter mal... Äh... Wenn die hier... Rein wollen... Äh... Ich tu... Aggron... Ich hab Plast wieder Aber kommt mal her Das... Ja, ja... Ich bin hier Bob ist halt... Ich guck kurz wo die entlaufen Ja, die sind glaube ich runter Ich glaube du kannst gehen Ich warte kurz Was... Wie weit seid ihr? Okay... Äh... Wir haben... Ich muss da unten... Eben... Das... Ist hier überall... Ja... Äh... Wir machen dann Botfort direkt... Äh... Die sprinten wahrscheinlich zu euch Wenn die mich jetzt sehen... Ja, ja... Wir machen... Lass mal die Wave da sein Und... Wir gehen glaube ich... Crackt hier unten... Ich hole... Äh... Wave für euch... Was wird das hier... Wir sind immer noch oben... Also... Alles... Die... Die... Die Wave kommt jetzt... Na... Ich hoffe... Wir können gleich Botcam machen... Ja... Aber ich mach die auf jeden Fall kaputt... Wenn wir da reingehen dann... Wir haben fast wieder... Ich mach hier Save Pay gleich... Ja... Ich... 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 Äh... Kannst du mit... Genji unten die Wave holen? Ja, Mann... Kein Swap... Äh... Kein Double Loop... Ja... Der zahlt hier... Äh... Äh... Pass mal hier bisschen auf... Futter... Äh... Ich bin... In Trouble... Ich bin in Trouble... Ich bin in Trouble... Äh... Komm mal her... Wieder mit Genji... Ich tapp jetzt... Und dann können wir gucken... Der hat Rewind benutzt... Der Uther... Mhm... Der hat aber immer noch... E-Store... Ja... Wir können jetzt zahlen... Schau mal... Äh... Hier... Ja... Ich klicke jetzt... Oder... Äh... Warte... Tut mal... Abweiten... Ja... Äh... Die machen auch... Bach... Ich... Schöne... Ähm... Ich würde... Da bei Gunnen erst... Ein Hardcam... Bevor wir da... Was machen wollen... Hm... Kannst du... Noch mal... Die Woid-Fol in... Mit Genji... Oder... Schönen... Ich glaube, wir machen einfach mit der ersten Mal, wa? Ja, push mal so weit raus, wie du kannst, bottom. Wir können hier... Ja, okay. Oh! Ja, ist tot. Was? Ich bin hier... Ich bin fein, ich bin fein. Ja, auf die Mauer. Ja, ich glaube, wir bleiben erst mal so. Gerade feinlich. Ich hab noch die Bremse, also ich... Dick, 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 dick. Alle silence. Wer da nicht? Äh, die Weißwein kann man noch holen. Ähm, ja, Ende. Das war's, wenn wir in den Garten gerade reingeflogen und so. Ja, das war doch, äh... Ja, war gut mit dem Blast Shield da auf dem Hogger. Direkt Abfahrt. Ja, es war vorher halt mit Doppel-Cleanse immer ein bisschen. Ja, ja, aber ne, war... Der kriegt halt auch so viel Damage von der IRAL-16 dann. Malta El auch. Was wollen wir denn hier spielen maptechnisch? Nach taus oder so? Das haben sie gebannt. Wie du möchtest, Uli. Okay. Nur dran denken. Wenn du was ge... Müssen wir mit Pisto. Ja, ähm... Wenn du was ge... Nee, ich... 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 Wenn ja jetzt was anders... Okay. Äh... Was machen wir dann... Bisschen Garten, oder? Ja, ist fine Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, ich banne nochmal die selben zwei Sachen Naja, auf jeden Fall, entweder Alex oder Mephisto und dann Was hattest du sonst ge... Ich weiß gar nicht mehr Ich hatte Blaze gebannt, habe ich das verknüpft Karten Die Garden of Terror Die Garden of Terror Was banne ich dann jetzt? Blaze hatte ich gesagt, ne? Ja, die haben doch hier Abatur im Sinn, oder? Abatur Samuro oder sowas? Nö, ich glaube, das haben die nur gebannt, wegen dir Okay Mach mal offline direkt und... Willst du Lucio spielen? Willst du wieder Irel, oder? Äh, ich glaube, Leoric diesmal, oder? Ah ne, mach mal Sonja und Lucio Mach mal Dive Ich habe auch überlegt, Zukov und Leoric, aber... Ich glaube, so ist es besser Soll ich da ein guter Bann oder? Ne, glaube ich nicht Ich denke nicht, das... Ich banne mal hier, das da... Ah, ja... Ja, 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 ja... Ähm... Ich glaube, ja, die Bann ist Genji, wir können aber noch Tracer machen, Last Pick dann... Ähm, Muradin auf jeden Fall, denke ich, und... Diablo ist auch drin, aber... Ähm... Ich glaube, Muradin passt hier besser, oder? Okay Und ich glaube, ich mach das... Ja... Na gut... Ja... Kannst du jetzt hier noch Tracer picken, falls es gut ausschaut? Ja... Ansonsten vielleicht... Ming... Oder Greymane... Oder Serratul könnte vielleicht auch sein... Hammer ist auch noch drin, falls wir da... Ach, stimmt, ja... Bock drauf haben... Ah, aber den kannst du nicht spielen, oder? Du hast den Panzer... Mh... Weil, ne, wir könnten... Was... Was... Ne, wir könnten ja hier außen auf Mura packen und Menelda dann auf Sonja... Dann kann Hazo Hammer spielen... Können wir machen, ne... Oder? Ansonsten Kassja... Kassja sieht auch ganz gut aus, ne... Also Kassja... Ja, mir ist ja egal... Können aus Hoppen... Wie du Bock hast... Wenn du Kassja spielen willst... Go ahead... Ne, mach mal Kassja... Glaube ich... Kassja... Kein Bock auf Kassja... Ich will nicht wirklich, ne... Der Held ist halt schon ziemlich langweilig... Aber ehrlich ist, ne... Ja, wollen wir Swapen... Außen... Der Panzer General... Der Lucio ist bestimmt mehr Spaß, ne... Ob das noch gut ist für euch... Weiß ich nicht... Umfinds wie lauter Only... Ich glaube, der macht auch richtig Abfahrt... Ich glaube, der macht auch richtig Abfahrt... Ah, ne, ne... Er hat geswappt da mit Serenny... Na, komm mal auf Hanso... Ich glaube, der macht auch richtig Abfahrt... Ne... Lass mal Redemption in Melee statten... Gibt doppelte Stacks... Warst du in dem einen Game... Ach, ja, gell... Das war's, äh... Warst du, Haso... Wo der Hanso hier Redemption gegen Hammer gepickt hat... Eieieieieieiei... Also, ich hab schon Tank gepickt... Aber halt kein Tank Tank... Eieieieiei... Eieieiei... Eier... Eier... Ja... Komplett verrückt... Wo dann der... C2 der Serratul noch abging... Ah... Ja, da... Deren haben sie immer komplett useless... Aber unser Serratul auch... Meine Güte... Ja, das war sogar Aufgaben, glaube ich, ne? Ja, ja... So ein Infinite Game... Äh... Unbelieb? Ja... Also... Wir können hier eigentlich schon reinfahren... Ja... Du müsste eigentlich alles... Ich geh mal top, dass ich Hardcamp machen kann... Ich glaube... Es ist nix zu holen in der Mitte... Äh... Ich geh mal... Es ist ja grad... No matter... Sind zu 5 in der Mitte... Und das Webel dann so... Äh... Versteckt... Mit dem ist... Ja... Kein Borrow... Hat keinen Borrow mehr... Ja... Äh... Hittet ihn aber, wenn der rausläuft... Ja... Kein TP... Ich bin... Heine... Ja... Du bist Fan... Sind drei Top gerade, ne? Ich play his above too... Ähm... Kann ich... Ich geh easy... Ich war mich zuerst... Keine Bombe mehr. Jetzt kann man dann ein Hardcamp machen. Ja, wir können gleich direkt den 3A haben. Wir sind gerade am E. Also der Hacker ist stoppt. Komm mal mit Lucio vielleicht ein bisschen näher hier. Falls die hier Bock haben. Ich glaube die sind... Warte mal. Ja, der Hacker ist hier. Komm mal hier ein bisschen näher her Lucio bitte. Der kann auch mit Brightwing kommen. Tracer geht Mitte. Ja, ich glaube wir pushen zu zweit hier erstmal. Ja, ich bin sick. Wir treffen halt der Kassia da. Wir machen die Hardcamp. Kommt zwei hoch oder so. Sondern vier gleich, ja. Ich weiß nicht wie viel ich hier... Ja, ja, wir ran mal weg. Machen kann. Nur Tracer, Tracer kommt. Wollen wir hier auf Brightwing gucken? Okay. Mach mal Camp. Wir haben. Ich komm Mitte... Äh... Ich fang mal Camp. Ja, ja. Ich wollt grad sagen. Aber geh du wieder hoch. Ja, ja. Ich komm dann später hoch. Das... Tu mal ein bisschen stallen, wenn es geht. Aber spielen wir mal es nicht. Das haben wir so ein Thema. Ja, Brightwing war hier. Ne, ist nicht Hardcamp. Meta, Meta. Ja, ich glaub die machen Hardcamp. Dark hat keine Essence mehr hier oben. Ja, ich hol... Und kein E. Äh, geh mal Bot mit, Kassia, ja. 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 Oder wobei, wenn die alle in Mitte sind... Ja, die sind alle hier. Ja, ja, ja. Ist fine. Ein Bot. Ja, ich kann... Hansos Bot. Ja. Komm mal mit Mura. Komm mal. Der ist killable. Ja, der hat mich aber gesehen. Äh, kein TP. Er kann uns wieder weglaufen. Jojojo. Ja, kein TP jetzt. Brightwing und Hansos sind beide Bot. Der ist auch keine Bombe mehr. Wobei, komm mal zurück und komm mal mit Lucia auch. Wir sind hier sehr deep, also... Ja, tschüsses, jo. Können Witsch. Ja, ja. Der Tracer geht auch. Der, äh, hier rein. Die Johanna hat... Kein, kein Polly. Äh, ich kann... Okay, jump raus. Der Hacker Burrow. Achtung. Ich geh vor, oben. Ja, ich flieg gleich rum zu dir. Ich kann noch einmal unterrücken. Ja, tut so viel Zeit kaufen. Wirklich. Ja, jetzt geht nix. Ja, fertig. Ja, wir haben oben die Wall bekommen. Kannst, glaub ich, weitermachen noch. Na, der, die ist schon hier. Die... Watch you. Äh, renn da runter mit Lucia vielleicht. Ich geh mal easy camp. Ja, ich komm auch. Ja, der Hacker hat aber keine... Okay, ist der killable? Wenn der... Guck mal auf dem Handel mit Lucia vielleicht. Oder den. Hast du ja brauche Hilfe? Ja, ich komm dort. Werner? Geh hoch. Oder, ne, geh du hoch. Ja, ich geh dann gleich wieder mit. Mit Werner. Schau, ich geh fast weg. Tracer kommt mit. Äh, keine... Ich kann jetzt hochkommen. Tracer hat keine Bombe. Können wir da gucken? Ist die hier irgendwo, oder? Ah, ja, die ist ja. Ich bin auf dem Weg. Ich renne hier mal, äh, rüber. Komm mal in die Mitte. Komm mal. Ein Vaid, ja, ja. Der hat aber der Hacker. Ich, ähm, ich renne jetzt nach unten. Äh, eben hoch. Ich, ich muss der Bot gehen. Oder du gehst Bot. Ich, ich geh, ich. Okay, ja. Mach den Big Damage Lenden. Ja, ja, ja. Kein Jump. Die haben wir zehn. Ich muss noch. Ah, ich wurde geholtert. Ja, Johanna kommt vom Top. Ja, kein Arrow. Kein Arrow, ja. Ich bin, äh, hier auf dem Core. Seid ihr fine? Ja, kein Blitz, kein Arrow. Ja, kein Arrow. Keiner, ist so. Wir können jetzt, wo. Ja, haben wir ein paar knapp, ja. Ja, wir können da jetzt turnen. Ja, wir können da jetzt turnen. Ja, wir können da jetzt turnen. Ja, wir können da jetzt turnen auf die Janna. Kannst du kommen oder so? Ja. Ja. Der Hacker ist auf dem. Der Bright Wing. Immer noch Bright Wing. Johanna, jetzt. Stun! Oh, der Bright Wing. Achtung, der Hacker kommt gleich hinter euch. Geburot. Der hat, glaub ich, du bist. Ne, der ist rot. Ich hol die Minion Wave ein. Ich hab kein Mana mehr fügen muss. Ich hätt die, ja, hätt die, hätt die, hätt die, hätt die. Ja, ja, ja. Guck mal hier. Ja. Ich geh, äh, zu loot. Ich hab kein Leben mehr. Ich hab gleich Leap, als die euch weiter chasen. Na, alles. Ich bin auf dem Weg. Äh, Hanso vielleicht? Ja. Äh, Q in zwei. Uiuiui. Äh, lass mal hier Käm machen, oder? Okay. Ist zum Arten geworden. Äh, ja. Äh, ich geh Botlimpix. Äh. Ja, ich komm mal mit. Kannst du das Camp machen oder so? Nummer 3. Nix. Er ist kaputt gegangen. Hm. Äh. Ich hab jetzt wieder Fly. Willst du top gehen, Uli? Oder? Ja. Ich brauch aber 16, bis ich den Kap, Aber ihr könnt mit Leap gucken, dann auf den Brightwing in Lid vielleicht. Oder irgendjemand, wo da halt Splitters war. Wir brauchen Bot-Death. Ja, ich bin runter. Ja, ihr kommt mal hier her mit Lucio. Passt mal auf, Mitte und Bot, wir gehen hier, machen Action. Okay. Ich komme runter. Einfach Auto decken. Ja, ich sehe nix. Nur nicht sterben auf Bot, wenn ihr könnt. Legit 3. Okay, okay. Ich kann runter fliegen. Ja, wir brauchen... Die haben Legit 3 Olds geübt. Okay. Warte mal, ich bin hier in Trouble. Nein, nein, alles gut, also gut. Ich komme, ich komme. Einfach. Ich denke schon, dass da was geht, ja. Haben die Blast benutzt? Ja, ja, alles. Blast Arrow und Pulse. Guckt mal hier auf die Tracer? Okay. Nein, 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 nein. Ich habe noch Gast. Okay. Unstable raus. Kann man bis hin pushen vielleicht? Tut ihr mal hier kamen. Ja, die machen easy. Ja, das kann man invaden, glaube ich, oder? Ich bin mit der Soken. Ich bin auf jeden Fall hier. Nein, nein, nein. Achtung, der Acker kommt. Lieb den mal. Ja, der ist ja unten. Ich komme mal in der Mitte. Ja, ich habe das Maus. Äh, wir müssen... Ah, der Borrowed. Ja, der ist mit ihm. Ja, der ist mit ihm. Wir kommen. Ich, äh, ran. Ich bin da kaputt. Vielleicht der Bright Wing. Okay. Ah, ja, ich bin gut, ich bin gut. Äh, was? Ich komme mal zu kurz. Ja, das läuft hier. Ja, der Bright Wing. Ja, ich komme, ich komme. Ja. Ja. Äh, Midwave hier. Und dann, äh, der an. Ja. Äh, aber schnell hier. Schnell, der Hanso lebt er. Der schießt auch ein Arrow dann. Ich, äh, klapp. Klick du mal. Ah, der schießt halt ein Arrow, ne? Dass wir aufpassen. Ja, wir kommen mal hier auf die andere Seite. Hinten mal die Tracer. Äh, Johanna. Johanna. Ja. Wir sind alle blinded. Ich, äh, kann nicht weggaspen. Ich muss hier kurz raus. Ich muss hier kurz raus. Wir tanken gut. Wir haben auch gleich 16. Äh, Slowplay. Ich hab noch Gas. Ich hab noch Gas. Ja. Ich, äh, Hanso, Hanso, Hanso. Ah, da ist aber nicht. Ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Das ist vielleicht noch fightable. Ja. Ja. Hier big Slimes in dem. Ah. Ah. Hanso, Bro. Aaaaa! Aaaaaah! Was ist das denn? Das. 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 Also, man. Oh. Oh. Wie heil so, Bro. Sonst hätt ich, ich hätt die so. Alle kaputt geslammt. Ah, das war ein bisschen anlucky, der Hanzo hat... Einen Hausinterklau. Äh... Ich glaube ich... ... nach unten, oder? Ah ne, ich... Uiuiuiui... Was ist denn hier los? Kein Arrow, kein Right Wing Z. Und keine Bombe. Er versucht mal in der Mitte zu deffen. Ich ja, mach einfach mal so. Ja, noch Bless Shield, aber sonst nix. Okay. Wollen wir das hier turnen? Ui, also... Ich hinde mal hier... Okay. Hier ran nach oben. Kann man so vielleicht turnen? Die Sehne aus... Ah, ne, ne, ne. Rennen mal weg da vielleicht. Die Diven da auch top dann, glaube ich. Ah, vorbei. Die haben auf jeden Fall kein Arrow. Ich fang mal hier easy an. Die machen unten, glaube ich, unser easy. Ah, wir machen. Der Anker ist hier. Ja, ja. Ja, ja. Geh mal weg da jetzt. Das ist hier auch nach unten. Ja, nicht Base. Aber die pushen nicht. Ne, ne, ne. Geht ihr mal hier zu Hause. Ich Panone. Komm jetzt auch. Geh mal weg da. Lass mal Mitte clearen. Wir können oben, glaube ich, nicht pushen. Das ist awkward. Ne, da ist es ja. Lass mal hier. Oh. Ah, die. Kappen unten. Kannst du mit Lucio hier, äh, Richtung, das geht? Ja. Vielleicht das Teil hier irgendwo wäre. Facer oder so. Drei Mitte. Ah, aber nicht mit allen. Die nehmen wir jetzt dann top. Geh mal weg da. Ja. Oh, den haben wir gucken. Ah. Ah, ich krieg. Da wird ein Arrow gewusst. Ah. Da nicht rausrufen. Brauch jetzt Hilfe. Ja, die haben Arrow und Blessed benutzt. Ja, lass mal 20 holen, wa? Dann. Die können vielleicht. Könnt ihr auf den Raufschritten. Right Wing Sea Forcen. Ah, ne, ne. Ich glaube die. Ah. Ja, die kommen. Ich muss hier einfach die Waves soaken. Die. Ich kann Mitte nicht. Wird hier gewusst sein. Ah, ich kann. Ich muss. Ich kann. Ja, ja. Ich muss ein bisschen. Ihr könnt vorlaufen. Ich hab das. Äh, ich hab das. Ich hab das. Ich muss aufpassen. Das bei uns. Oh, nein. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Da wieder an Internet. Hm. Ich hab das. Du. oh ja ja oh shit könnte vielleicht ein arrow kommen wo ist der da ist ich seh den gar nicht ist er doomed glaube ich ist doomed ist immer noch raus hier die johanna big also wir können aber vielleicht gucken jetzt ich hab guck mal hier hansu guck mal was hansu macht ich kann da rauf fliegen jetzt hansu müssen aber defen aber die cursen uns jetzt halt ich mach noch schnell ja wir müssen die turn ok Okay. Kann ich oben schnell defenden oder brauche ich hier unten? Das wird schon passend, oder? Ja, dann defend das direkt weiter danach. Ist das nochmal? Ja, geht fort. Ja, aber lass mal gleich fighten hier, wenn die... Warte, die gingen vor, oder was? Die haben kein Blast, kein Aeron. Du hast ja, äh, Mount Gust. Guck mal auf den Hanso. Jetzt. Die sind hier alle! Ich, äh... Hab Gust auf. Racer ist hier irgendwie... Ja, aber wir sind gefragt von dem... Uiuiui, was ein Scatter. ich habe warrior shield wir können hier vielleicht gucken aber ich habe ich habe in zehn sekunden habe ich klar ja macht mal so viel jeder am ende sind so ein kipholer flaschleiter 30 weiss ich ob ich das zuletzt war ja aber wir können keep holen tank du mal right wing ist hier in fünf sekunden wieder da wir rennen nach dem keep ja ok macht mal hard camp oder ja easy ist auch gut ja ja macht mal ruhig beides ich kann bottom gleich klären ja kann ich das ja oder nee 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 macht man nur unsers wir haben da oben jetzt big pressure also geh du mal aber wenn du was siehst dann also wenn die spitzen ist kann da ja ich liebe einfach direkt hier ich gehe einfach direkt rein jetzt das ist ja sorry nicht gesehen ja ihr müsst euch da bisher bei capacity avidler ist engager hier glaub ich wir sind ehm easy aber wir können chillen bis zum top die müssen aber oben eigentlich auch ja Und wir müssen unten, ja Erstmal mit Defenden, die gehen nicht Das ist... crazy Ist du fein? Ich hab noch Gas Johanna, Johanna Tracer, Tracer Johanna keinen Shield Genau der Hacker Ich seh hier nix Ich seh auch nix Ich geh Core Defenden Ich geh Core Defenden Alles Gutes, alles Gutes Wir haben Renn mal weg, also ich Ja, ja, ja Können wir Core gehen? Also... Wenn du noch ein Cutter hier raus pusht, ja Vielleicht Mach mal ein... und du hast ja Flug dann, oder nicht? Ich hab äh... ganz ein Schild Ja, ja, ja Dann mach mal ein Cutter raus Ich hab auch... Lieb werden wir gleich Haben 20 Sekunden lieb, ja Also der Core hat schon Damage genommen Ja, ja Tickel den mal, das ist ja kein Schild Nur nicht äh... fünfundblast Nur nicht äh... fünfundblast Dass du uns highfiven kannst Dann sollten wir fein sein Ich hol dir den Globe 10 Sekunden lieb Wenn auch Tracer Ich hit den Core Ich lieb jetzt Tracer Aber ich bin... Okay, ja, ja, ist okay Ich hit den Core Äh, ja, Core, Core, Core Das ist... Etwas... äh, ändert sein Ich mach einfach... Ohne... Und... Nice Die die... Die die... Die die die... Die die die... Die die die... Die die die... Ja, die die die... War... Mann 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 Mann... ja das war nicht so nicht ganz so easy aber letzte woche hatten wir auch ganz ordentliches match die gegner also die teams sind ja auch ganz ordentlich eigentlich ja schön mal direkt ja ja schmeiß mal die replays rein da